Zum Abschiedsspiel am Sprödentalplatz vor dem Umzug in die Gruppen, so traten die Krefeld-Ravens am Sonntag gegen die Dortmund-Giants an. Und ja, die Ravens mit voller Energie gehen sie hier ins Spiel. Auch wenn natürlich vieles auf die kommende Woche schon gemünzt ist und die Giants gewinnen den Kontos, wollen aber zuerst den Ball. Und das geht mächtig schief, denn die Ravens von der ersten Sekunde an richtig heiß. Tinasche-Gonese hier direkt mit dem Sack im Corner-Blitz und so schnell die Offense auf dem Feld. Und dann das dritte Play und der Pass von Andy Trepski auf Juju-Minute und der geht für sechs. Und die Ravens führen im dritten Play des Spiels mit 6 zu 0 der Extrapunkt gut und weiter bleiben sie auf dem Gaspedal. Trail mit einem richtig starken Lauf über die linke Seite geht dann, tritt da out of bounds. Und damit, ja, der Drive zunächst mal kurz unterbrochen, aber dann eine Interception hier von Andy Trepski. Der Ball abgefangen durch Marvin Henkel von den Giants. Die wollen dann natürlich daraus Kapital schlagen, aber so sah das aus. Tatsächlich immer wieder die Ravens mit Tackles im Backfield, gerade gegen den Lauf. Überragend und selbst der Lauf. Hier sehen wir Trey Hill, eigentlich schon getacklet, reißt sich los und geht dann, ja, im Kanterstil da über die Linie. Muss gar nicht auslaufen, sondern joggt einfach in die Endzone, nachdem er vorher zwei Tackle überragend gebrochen hat. Und es bleibt bei diesem Stil weiterhin die Ravens. Hier mit der Interception durch Chanari und beste Feldposition an der gegnerischen 30-Yard-Linie. Das war eine Position, in der sie häufig mehr oder weniger in Ballbesitz kam. Und dann Play-Action hier und wieder Juju Minut. Eigentlich getacklet, reißt sich los, geht über die rechte Seite und in die Endzone. Und schon zu seinem zweiten Touchdown und dem 19 zu 0. Dennis Storm erneut sicher und damit das 20 zu 0. Einmal hatte der Hold nicht gestimmt. Und weiter die Ravens, weiter Trey Hill geht da durch die, ja, komplette Abwehr durch und in die Endzone. Und auch er mit seinem zweiten Touchdown. Vier hatte er vor dem Spiel angekündigt. Ich nehme es vorweg, in der zweiten Halbzeit spielte er im Prinzip nicht mehr, um ihn zu schonen. Und damit wird er hier erstmals, ja, wortbrüchig, aber das nicht seine Schuld. Er war, solange er gespielt hat, auf einem richtig guten Weg. Und dann auch Glenn Holloway, der, ja, alte Mann auf der Running Back Position bei den Ravens. Kriegt hier den Ball an der 10-Jahr-Linie, nachdem er vorher einen richtig langen Lauf hatte. Und auch er geht für sechs und macht das 32 zu 0. Und die Ravens nehmen die Two-Point-Conversion und wieder Julian Minut fängt seinen dritten Endzone-Besuch. Diesmal allerdings nur für zwei Punkte. Dann in der zweiten Halbzeit plötzlich Jan Leuker auf dem Feld. Mit dem hatte hier niemand gerechnet und direkt mal ein kleiner Fumble, da hat man gemerkt, er hat halt vier Wochen nicht trainiert. Aber er war relativ schnell wieder da. Hier die Ballübergabe an Marvin Zander. Und der geht über die rechte Seite, tanzt hier noch einen aus, bricht einen Tackle und geht aus 50 Yards im Lauf für sechs. Und damit hier das 40 zu 0. Und immer weiter die Ravens. Dann kurz vor der Endzone, Tobi Jansen aus 5 Yards und die Wuchtbrumme geht in die Endzone. Erneute sechs Punkte, 46 zu 0. Hier sehen wir es nochmal von der Seitenlinie. Und damit ja schon ein reichlich komfortabler Vorsprung. Aber die Ravens sahen überhaupt nicht ein, hier nachzulassen. Sondern Jan Leuker mit dem Pass auf J.R. Leach. Und der, ja, sagte nachher, da habe ich in der Ecke meine Familie gesehen. Die war zu Besuch. Und er geht direkt mal zu ihnen und jubelt mit seiner Mutter. Und klatscht auch gleich seinen Vater ab. Und der freut sich über seine Punkte. Und 53 zu 0 dann nach Dennis Storms erfolgreichen PLT. Und dann der Sack hier für die Ravens. Und sie bringen den Gegner erneut unter Druck. Und das nutzen sie aus. Denn Tim Schulz aus relativ kurzer Entfernung, vorher schon einen guten Lauf gehabt, geht da in die Endzone und macht mit Dennis Storms Hilfe das 60 zu 0. Und dann allerdings hier, nachdem man, ja, die Chance auf den Rekordsieg hatte. 62 zu 0 bisher der höchste Sieg der Ravens-Geschichte. Dann aber da der Fumble und damit der Turnover. Und dann der einzige defensive Fehler. Und dann geht da Wolk ab. Und wird in letztem Moment, Dennis Wolk wird in letztem Moment von Justin Kleckers gestoppt. Aber nach einer Strafe, die vielleicht diskutabel war, gibt es dann nochmal aus einem Jahr die Möglichkeit, mit dem letzten Play des Spiels hier in die Endzone zu gehen. Und das macht tatsächlich Wolk und so 6 zu 60 aus Dortmunder Sicht. Die Two-Point-Conversion, die sie versuchten, ging schief, wie wir hier sehen. Und damit eben der souveräne 60 zu 6 Erfolg im letzten Spiel vor dem ganz großen Finale. Nächste Woche um 15 Uhr am Samstag in der Grotenburg. Dann kommen die Wuppertal-Greyhounds, der Tabellen-Zweite zum Ersten. Und dann, ja, seid alle dabei, holt euch Tickets und wir sehen uns am Samstag.